Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video! Wieso dauert es bei mir heute lang? Achtung! Hi! Du! Du, du, du! Muckel, auf was soll ich reagieren, wenn ich nix höre, wenn der Herr nicht auf V drückt? Ja? Ja, aber vergessen! Und da lese ich einfach nur im Chat, da sagt sie nichts mehr! Jetzt soll ich was sagen, wenn ich nix höre? Also, wir brauchen ein Waschbecken, wenn ich schon die Waschbecken lese! Linda Johnson! Ich nehme mein Equipment hier! Na dann viel Spaß mit der Linda! Linda, die Moll! Ist das Linda, die Moll? Äh nein! Johnson? Johnson! Jo- 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 Joch- Jochenson!? I might need to get a copy of the key, I've left it over there for you! Dü, du, 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 du! Hallo Linda, wir sind da I'm here for you Linda, magst du uns ein Zeichen geben? Wäre echt lieb von dir Wo bist du? Nicht auf der Toilette, wie es aussieht Oh, wofür? Was? Was für ein Zauberstäbchen? Schick liege vor Wow, Potato Wow, Potato Sehr nett von dir Huch Ah, gleich mal am Klavierklimper Klar, man klimpert ja auch so auf dem Klavier Blem, blem, blem Du bist auch so blem, blem Ich hab heute so einen Stich, ich sag's dir Aber ich hab ihn gespuckt Nee Schnell weg hier, er spuckt Er ist ein Lama Oh man, ich will den Finger auch gar nicht mehr vom Faul nehmen, ja damit egal ist, kommt man hier blöd zu erzählen Hm, viel zu warm Oder das Thermometer braucht ewig Ich hab ein Handy gehört Ich glaub über uns vibriert ein Handy Hörst du mir zu? Ja, ich hör dir zu oben, Handy wahrscheinlich Welches Zimmer, das müsste, da ist das Badezimmer Knochen Knochen im Badezimmer Hier, Minus Minus Jaa, gut Bist du hier? Eindeutig Ja, weißt du, mein Dings funktioniert Ich glaube, du musst mit dem reden Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Achso, muss ich alleine sein, ja toll, dankeschön Gib mir ein Zeichen Komm, verpiesel dich dann Hol was anderes Wie nett, macht die Tür sogar noch zu Wo bist du denn? Bist du hier? Oh, Danny Portrait Wie alt bist du? Okay, das Ding reagiert, aber Geist möchte nicht Quatschi, Quatschi Okay Äh Äh Sanjo, guckst du noch, Ops? Wenn ja, beeil dich, ich habe EMF 4 Der Geist wird aktiver Ich gucke nach Ops, ja Taschenlampe aus Und dann durch die Ecke stellen Und mehr links Ja, und mehr nach unten Ja, so ist gut Stopp Ja, er hört ja nicht die Geräusche, die ich höre Ich sehe kein Ops Nachziehen EMF 5 Okay, du bist bei 76 Plot Also wir haben Gefriertemperatur und EMF 5 Oh, schon einmal Gefriertemperatur EMF 5 Box Kam nichts Äh, geht auch nicht Fingerabdrücke könnten es sein Ob es theoretisch könnte es sein Geht nicht Ja Hast du dein Mikrofon leiser gemacht? Weil du bist ein bisschen leiser heute Als sonst Nein, habe ich nicht Macht mich lauter bei dir Was steht denn bei Einstellungen? Alleinstellungen habe ich auf 100% bei dir Schön geguckt Das ist sehr, sehr komisch Ich habe nichts geändert Sprich mal Hi Was geht ab? Ich höre dich aber Glaube ich doch Wie immer eigentlich Weil, äh, Mucke sagt Sie hört dich nicht Ja, okay Vielleicht, weil ich da zu weit weg war Oder du warst nicht in meiner Nähe Also, es kann nur Fingerabdrücke oder Ops sein Ja Hast du jetzt allen Ernstes auf mich gewartet? Was willst du? Hast du jetzt allen Ernstes auf mich gewartet? Gib mir den Knochen Ich mach immer auf dich Gar nicht wahr Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht Oh, Fingerabdrücke Oh, super Haben wir hier auch welche? Aber bestimmt hier, ja Hier haben wir auch welche Oh, wir brauchen Salz Die Aufgabe, Salz Geh mal und pinkel ins Becken, du böser Geist Oh, wir nehmen mal Salz mit Oh, wir nehmen mal Salz mit Ich bin singen in the rain Ich bin singen in the rain Ich bin singen in the rain Hi, let's get up Pinkel ins Waschbecken Nehmen an, bitte Okay, danke Mach schnull, schnull Schnull, schnull Schnulli, schnull Geh weg von mir Hallo Hau ab Weib Nimm Sanyo Nimm Sanyo Geh weg von mir Du hast so oft schon gesagt Oh, Liege ist tot Wie schön Es gibt einen Stream Es gibt zwei Streams Wo man das hört Sogar drei Kessel war dabei Geh und pinkel ins Waschbecken Nein, komm Ich mach dir mal die Ach, ne, Kinderzimmer Scheiße Holtscher Raum Hier, da So ist meine Lampe aus Da, ich mach dir mal Wasser an Mach das Becken für dich voll Wieso zeugst du mich jetzt auf einmal Voll ungewohnt So, schau mal Linda, ich hab das Waschbecken voll gemacht Jetzt macht das Wasser dreckig Wow, Ducky Wow Ich hab so das Gefühl Sanyo redet mit mir Weil er mich anguckt Aber ich höre nichts Ich rede nicht mit dir Ach so, okay Jetzt schaust du diese komische an Und ich sage Erzählte da gerade wieder irgendwas Und ich hör's wieder nicht Nein, 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 nein Eigentlich Linda, komm ins Badezimmer Wir warten auf dich Linda Johnson, beweg deinen Arsch Ähm, hä, hä, hi Ich war lieb Alter, die ist auf fünf Gleich, gleich, komm ins Badezimmer Oh, das wird doch gesagt Ach nee, warte, sie ist kein Hund Linda, wir warten im Badezimmer Komm her Genau Badezimmerspaß Garantiert Ey, im Zimmer hat sie mich Die ganze Zeit gestalkt Und jetzt will sie nicht herkommen Ja, die hat keinen Bock mehr Die hat irgendwie Was weiß ich nicht Was für Probleme Irgendwie was weiß ich nicht Irgendwie was weiß ich nicht Ähm Sie hat wirklich den EMF irgendwo hingeschmissen Der ist nicht mehr auf dem Bett Ja, ich hab den auch schon gesucht Ich hab ihn auch nicht gefunden Ja, aber gerade eben Weil übelst laut Und jetzt ist er Leide Also, nicht mehr zu hören Gar nicht mehr Vor Was hat vibriert? Ach, bei dir Ich hab Handy fotografiert Handy Vielleicht Das ist auch nochmal Geld Also, irgendwo ist der EMF Im Bett drin Machen wir mal ein Foto Im Bett Ich hasse diesen Vorhang Ey, ich laufe immer zu weit nach hinten Dann habe ich einen Vorhang vorm Gesicht Ey Böse, Linda Du sollst Wasser machen Ich meine natürlich Hey Ich hab mich nicht erschreckt Ich geh mal Ja, kurz gucken Wollen wir nicht gehen Uns fehlt hier eigentlich nur Waschbecken Ja Wenn uns nur Waschbecken fegt, können wir gehen Ja, ist nur Waschbecken, schau Guckst du? Guckst du? Ja, dann können wir gehen Ja, dann können wir gehen Ja, nochmal eins vergessen Hast du eingetragen? Äh, nein Was war denn der dritte Beweis? Ah, Fingerabdruck Ja, stimmt Okay, Banshee Ja Ich hab mich angesteckt bei dir Ja Ah Ah 120 Glocken für so einen miesen Job Gibt's ja wohl nie Besser wie nix Braucht mehr Was? Du brauchst das mehr? Das hab ich hier Brauch ich nicht Ich wollt grad sagen Das war's mit der Folge Und vielen lieben Dank fürs Einschalten Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch einen Daumen nach oben da Falls ihr's noch nicht getan habt Abonniert meinen Kanal Falls euch mein schräger Content gefällt Und aktiviert natürlich die Glocke Um nicht zu verpassen Ansonsten Bye Eure Nike J Whiturer Tschüss 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 ienie Aber C honesty